Ah, jetzt hier sind wir. Wunderbar. So ist eure Auflösung für euch, ich hab das wieder massiv breit gezogen und der Mauszeiger verhält sich ein bisschen komisch in dem Game. Oh, toll, ich seh den Chat schon wieder nicht. Leck mich doch, warte mal. Sekunde. Sekunde, wir müssen wieder umbasteln. Warte, der Chat muss jetzt auf die Seite, dann muss ich... Moment, ich muss mein Mikro dann... Achtung, das wird jetzt kurz laut. Nämlich zur Seite stellen, weil ich den Chat noch sehen kann. So. Das Spiel sieht fast besser aus als die Cowboys. Ja. Das ist wunderschön. Das Spiel ist auch ein bisschen laut, ne? Ich muss das gleich noch mal leiser machen. Ich hab das schon so im Vorfeld versucht ein bisschen einzustellen, aber da hatte ich die Kopfhörer nicht... Wo ist das Spiel jetzt hingelaufen? Da. Keine Güte. Holt den Schokoladen, mach das mal. Ähm, ich muss mal den Einstellungen rum vorbe... Warum hat er meine Einstellung nicht übernommen? Ich hab das vorhin eingestellt gehabt. Oh Gott. Ist das so besser? Warte mal. Äh, ich glaub die Stimmlaufstärke ist so besser. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber ich glaube das Spiel war grandios. Das sind die Besten, ne? Warte mal. Okay, wir machen jetzt auf... Einführung... Machen wir mal aus. Und dann klicken wir mal auf okay. Äh, freigeschaltet bei 50 Psi Punkten. Okay. Wir schauen mal. Das schaffen wir eh nicht, weil es nur die Demo ist, aber wir gehen mal auf... Spielen. Hm? Della. 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 Find me. I'm here. What am I supposed to do? Find me better. Strange dreams for days now. Ever since I landed in China. I should be used to them. Or maybe worried. Dreams like these usually come true. So, wir sind angekommen. Wir sind im Game. Wir sind scheinbar Della. Ich muss herausfinden, was der Traum zu bedeuten hat. Seltsam, dass er mich direkt zum Flohmarkt von Beijing geführt hat. In meiner Vision habe ich auch einige Metallwaffen gesehen. Nach denen sollte ich zuerst Ausschau halten. Suche 10 Metallwaffen. Öffne den Schrank. Öffne die Truhe. Okay, hier ist ein Fragezeichen. Ich bin Künstlerin und Waffenexpertin. Wer so viel mit Metallen arbeitet, wie ich versteht ihre Sprache. Echte Antiquitäten scheinen in meinem Kopf zu singen. So wie dieser Helm. Okay. Okay. Wow. Das mit der Maus ist echt gewöhnungsbedürftig. Das ist ja... Wow. Ganz furchtbar. Was habe ich denn hier? Ich habe einen Vogel. Wo setze ich denn hin? Was denn da? Der Schlüssel zu dieser Truhe sind 5 goldene Statuen. Äh. Keil. Gib mir die da oben. 4. Das ist keine Statue. 5. Öffne die Truhe. Ich schaue mal in den Chat nebenbei. Was habe ich denn an Intro verpasst? Nicht viel. Ich wurde von irgendeiner Stimme gerufen und ich sollte die Stimme befreien. Setz ihn auf, hau drauf, dann sinkt er auch in meinem Kopf. Also ich habe jetzt die Truhe geöffnet, aber ich kriege jetzt irgendwas daraus. Was kriege ich denn da daraus? Äh. Eine Rolle. Mein Vogel singt auch für mich. Das ist schön. Öffne den Schrank. Welchen Schrank denn überhaupt? Den hier wohl nicht. Hier. Der Schrank ist abgeschlossen. Ich benötige einen Schlüssel. Ist das ein Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ne. Ist eine Schriftrolle, die ich da gefunden habe. Ich sehe wieder... Na, Noten! Ich habe Noten gefunden. Ich sehe wieder mal grandios viel. Ich habe die Notenbleite, aber kein Instrument, das wahrscheinlich da drin ist. Also ich muss hier noch weitere Metallwaffen zusammensuchen. Das ist so hoch auflösend wie das Spiel beim letzten Mal. Ähm. Ja, Ness hat ja live gesehen, wie sich das hier anfühlt, wenn man das so sieht. Äh. Ich sehe überhaupt nichts. Da oben. Kann ich hier nicht die ganzen Messer rausziehen oder was das sind. Die ganzen Pfeilspitzen. Und dann habe ich hier meine Waffen zusammen. Ach, hier ist ein Schlüssel. Gib mir den mal für den Schrank. In diesem Schrank finden einige Waffen. Ich bin gerade dabei. Also wenn ihr irgendwelche Waffen noch entdeckt, ne. Dann schreit. Dann schreit. Ich muss hier echt raten, was hier was sein soll. Ah, hier unten. Da liegt noch. Äh. Äh. Was? Mimimi 4K. Mimimi. Schick dir meine alten 20. Zoll vollheitlich für diese Spiele. Das sind Pinsel? Das sind niemals Pinsel. Das sieht nicht aus wie Pinsel bei mir. Das sieht nach irgendwas anderem aus. Äh. Hat noch, hat noch irgendwer Waffen für mich? Wie viel brauche ich denn noch? Zwei Stück? Ah, hier unten. Ich glaube da liegt irgendwas auf der Treppe. Chinesische Schreibpinsel hängt man so auf. Ja, das ist diese Kalligrafiepinsel. Da habe ich mal einen Halter dafür gesehen, weil ich ja auch Kalligrafiepinsel besitze. Offiziell sind das Kalligrafiepinsel. Ähm. So ein scheiß Halter kostet 50 Euro. Ich traue meinem äußerst begrenzten Fantasy-China-Wissen. Ein Schrank voller Waffen. Spielen. Okay. Setze die richtigen Waffen auf die passenden Halterungen. Oh, okay. Gibt's da... Äh. Gib mir das, kann ich nicht da reinhängen? Ich gucke jetzt einfach mal so der Form nach, was hier wo reinpassen könnte. Das passt anscheinend nicht hier rein. Äh. Okay. Passt du da rein? Nö. Äh. Müssen sich alle Waffen hier rein basteln? Oder nur bestimmte? Passt du da rein? Passt du da hin? Nee. Dahin gehört irgendwas anderes. Bestimmt nicht das hier. Ach, richtige Waffen kann ich nicht mehr rausnehmen? Ah. Ja, du stimmt auch nicht nur. Dann musst du ja da reinpassen, aber... Das ist die Steinflöte aus meinem Traum. Die lege ich auf den Ständer neben die Notenblätter. Okay. Spiele die Steinflöte. C, D, E, F, G, A, H. Äh. Das Fingerschenmer zeigt dir, wie du die einzelnen Noten erzeugst. Äh. Ach, hier. Okay, okay. Äh. Ich brauche zuerst ein A, ne? Ah. Dann muss ich hier wieder aufmachen? Oh, wow. Kannst du dich nur um Jahre randeln? Sekunde. Wo ist denn ein C? C sind alle. Äh. Hören wir alle wieder auf. Ich... Ah, nee. Hätte ich die hier. Äh. Nee, ja. D, D. Dann H ist wieder nur das hier oben. E ist das da. Und dann wieder ein C sind wieder alle zu. Sie spielt wesentlich souveräner als ich. Ness schreibt, sowas habe ich in Mini als Vogelflöte in Finnland auf dem Mittelaltermarkt gekauft. Oh, eine seilsame alte Frau erscheint. Level geschafft. Okay. Frau. Eine weitere Säulen könnte man sagen. Eine Säulen... Vadem ... Eine Säulen. Eine Säulen. Eine Säulen. Eine Säulen. Säulen? Sie verabschieden die Säulen. Sie verabschieden die Säulen, nur eine Säulen. Also ... Wo ist diese Säulen? Das ist eine Säulen. Ja, super 15 Puzzleteile, es ist Teil des Rätsels. Verziere die Bilder unten unter den chinesischen Zeichen. Bilder und Zeichen sehen sich ähnlich, klicke auf zwei Bilder um sie zu vertauschen. Okay, ich hab hier einen 4 Giga Gaston. Pff, keine Ahnung, es scheint richtig zu sein, ich hab irgendwas mit drei Ecken. Habe ich hier nochmal ein Quadrat, dann hab ich hier irgendwie noch was und da. Was geht mit ihrem Hund? Seinzimmerfrauen sind immer gut. Okay, ich hab schon mal das Schmuckkästchen geöffnet. Diese Frau war ziemlich seltsam, ich bin anscheinend auf der richtigen Spur bei den Träumen und Vorzeichen. Wie bin ich überhaupt in diesen Laden reingekommen, wenn hier alles davor steht? Okay, 15 Puzzleteile, die ich allesamt nicht erkenne. Ach, es ist alles nur geraten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier anklicke. So einig muss ich es erstmal treffen. Viele fehlen jetzt noch fünf Stück, na, das kriegen wir schon hin. Ah, Wiedelbox. Ja, und wo ist diese Box? Das ist Teil des Rätsels. Mie, 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 Mie. Kann mich nicht in klaren Sätzen äußern. Das wäre zu simpel. Denk selber nach, Mensch. Da, da oben. Am Ende der linken Matten. Ah, danke. Auf der Tür. Ah, danke. So, ein so ein ugly Puzzleteil fehlt noch. Ich guck gerade hier hinten, aber hier ist nichts. Das wäre, glaube ich, zu gemein. Komm schon, das letzte Puzzleteil. Es ist immer das letzte Teil, das fehlt. Es ist nur das vorletzte. Ähm. Was ja auch logisch ist, aber ihr wisst, was ich meine. Für das letzte braucht man immer am längsten. Wo ist das? Komm her. Hab ich eigentlich einen Tipp? Ja, scheinbar. Äh. 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 Die Box der alten Frau. Setze die Puzzleteile zu fünf verschiedenen Bildern zusammen. Eines für jeden Rahmen. Die sind alle quadratisch. Hoffentlich. Das heißt, ich schmeiß schon mal alle Teile in ein... Die. Nimm. Äh. Oh, ich hätte gerne noch das andere grün. Danke. Was habe ich hier? Ein Mensch in einem Käfig. Äh. 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 Der nimmt das manchmal einfach nicht. Gib mir das. Da ist schon mal, äh, so eine Art Katze. Großkatze. Ich wage noch nicht zu äußern, ob es ein Puma oder etwas ähnliches ist. Äh. Äh. Wir haben dort noch ein... Noch ein Kätzchen. Was haben wir hier? Der Mensch. Muss ich die auch noch richtig in die richtige Reihenfolge bringen? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich... Äh. Ich weiß noch gar nicht, ob das hier so alles richtig ist, was ich hier mache, aber... Gib mir das! Zert an wird so einem Puzzleteil. In China-Kram sind das meistens Tiger, aber das sieht wirklich nach Puma aus. Das sieht voll nicht nach dem Tiger aus, aber... Vor allen Dingen hier ist ein kleines Kätzchen. Guck mal! Also ich glaube, ich muss das auch noch in die... Aaaaah! In die richtige Reihenfolge bringen. Deshalb schauen wir jetzt mal, was hier... Wohin kommt... Ach ne, muss ich nicht. Ist so... War aber richtig. Otto, die Bilder der chronologischen Reihenfolge, um die Geschichte des Gestaltbandes zu erzählen. Also gut, es war auch vollkommen Latte wie Hose. Äh. Latte wie Hose? Jacke wie Hose. Also gut, er sitzt im Käfig. Dann wird er verwandelt. Dann... Wird er dann erst das hier, schätze ich? Dann wird er... Zum Kätzchen? Ja, dann wird er erst dann zum Kätzchen und so. Noch nicht ganz. Muss ich das der Farbe nach richtig ordnen? Katzenbaby, du bist mir auch Latte wie Hose. Ja, ich glaube auch. Hm, das hatte ich vorher schon... Ich dachte, ich muss das jetzt den Farben irgendwie zuordnen, aber... Muss ich das von den Köpfen da abhängig machen? Und ich dachte zuerst... Also hier wird er... Wuuh, du wirst verzaubert. Und dann wird er... Wird er... Wird er das hier... Und dann ist er das große Kätzchen. Aber hier ist er ein kleines Kätzchen. Das macht das so keinen Sinn, ne? Es wäre schön, wenn ich irgendwie einen Hinweis kriegen würde... Wie rum hier war es richtig ist. Fängt er überhaupt im Käfig an? Ich weiß es nicht. Landet er vielleicht am Ende im Käfig? Man fängt als kleines Kätzchen an. Ja. Kleines Kätzchen, großes Kätzchen. Dann verwandelt er sich zurück in einen Menschen. Im Inneren ist noch eine Box. Yay. Das muss die Rätselbox sein, von der sie gesprochen hat. Okay. Wenn ich das Metall auf dieser Rätselbox lese, finde ich vielleicht heraus, woher sie stammt. Okay. Muss ich jetzt einfach nur alle abräumen? Oder ich... Äh... Was? Vielleicht kann ich hier eine Vision erhalten. Hä? Ach, ich muss hier so... Hä? Äh... Äh... Nach hier unten geht gar nicht. Wird das ja blöd. Ich kann... Ich kann nicht übers Eck gehen. Nein! Das ist ja doof. Also ich kann schon übers Eck, aber ich kann nicht über... über... über Dingens hier. Diagonal wäre zu einfach. Ich glaube auch. Ja, Bullshit. Das Game. Ich glaube auch. Ach nein, da kann ich ja hier nicht runter... Naja, ist ja auch egal. Oh! Kann sich nur um Jahre handeln. Kann ich... Ich glaube überspringen kann ich's nicht. Nee, ich kann's nicht überspringen. Hier muss ich eigentlich nicht runter. Also gehen wir halt mal hier lang. Es müssen aber mindestens drei sein. Okay, okay. Das ist schon mal... Okay. Ich kann nicht diagonal gehen. Das kotzt mich voll an gerade. Dann geh ich halt erst hier rüber. Da rüber. Da rüber. Und dann da rüber. Äh... Macht man solche Boxen nicht eher aus Jade als aus Metall? Weiß ich gar nicht. In dem Game nicht. Vermutlich. Aber dann würde die Story, das Game ja nicht mehr funktionieren. Oh, haben wir gerade FPS-Einbrüche? Mein Dingens war gerade kurz rot. Vielleicht hat sie Metallkanten. Das wäre möglich. Vielleicht hat sie Metallkanten. Ähm, ich fang jetzt mal hier an. Das Bild hängt ein bisschen. Okay. Das liegt wahrscheinlich an meinem grandios guten neuen Route. Den ich ja gezwungenermaßen, äh, hier anschließen musste. Weil Kabel-BW sich ja von Vodafone hat aufkaufen lassen. Router tauschen. Wupp, wupp, wupp. Ja, ah, da ist eh so kacke, der Router. Also, von wegen Verbesserung. Also, ich sehe da nicht wirklich, dass sich da was verbessert hat, weil ich seit drei Tagen jetzt kein Telefon mehr habe. Also, funktioniert halt nicht mehr, ne? Äh, meine Mutter meinte, ja, dann lass uns da anrufen. Ähm, wie will ich denn da anrufen bitte, weil ich kein Telefon habe? Ich hab meinen Klumpen noch. Bist du, äh, Nes, bist du, äh, Unity Media? Äh, es ist irgendwie blöd, ich komm mit dem, mit dem Restchen irgendwo mal hin, ne? Ja, ich weiß, boo. Ich muss uns hier irgendwie Zeug vielleicht kriegen. Boo. Boo. Schönes Puffgeräusch hier. Bleu. Dass man nicht über Diagonal gehen kann, das ist richtig kacke. Du bist auch Unity Media, weil ich hab ja Zwangs... Also, hab ja Zwangsdinge ins Ziel gekriegt, ich konnte mir ja das nicht aussuchen, ne? Äh. Da hieß es plötzlich, ja, wir sind jetzt mit Vodafone fusioniert, ähm, sie kriegen jetzt einen neuen Route, den müssen sie innerhalb von 10 Tagen anschließen, sonst funktioniert gar nichts mehr bei ihnen. Ja, es funktioniert auch so nichts bei mir. Huch, was ist denn jetzt los? Habe ich den Game zu lang gebraucht, wahrscheinlich. Ebenia, vielleicht mehr. Es hält so viel Sorrow. Und da gibt es etwas anderes, etwas, das fühlt sich wie... Geh. Geh, jetzt! Nein! So, wir sind fertig, wir sind bestohlen worden und ein Typ verfolgt uns. Wunderbar. Diese heiße Action, ja, also richtig. Ein neuer Freund. Ja, der, der mir die Handtasche geklaut hat, wahrscheinlich. Im Moment habe ich den Kerl wohl abgehängt. Ich sollte mich schleunigst nach etwas Geduld umsehen. Fahrradbesitzer. Ich habe mein Fahrrad zulegt, um es zu reparieren, aber jetzt bekomme ich es nicht wieder zusammen. Könntest du das erledigen? Ich bezahle dich auch. Der Typ spricht mich als Wildfremde hier an. Ich weiß wahrscheinlich, ich verstehe ihn wahrscheinlich nicht mal, sondern nur auf magische Weise durch mein besonderes Schmuckkästchen hier. Perfektes Timing, kein Problem. Das Fahrrad benötigt einen Sattel, einen Korb, äh, eine Pedale und noch mehr. Ja, es benötigt alles. Dort unten liegt Geld. Wie kann ich nur dieses Gitter anheben? Der Typ bezahlt mich. Der muss gefälligst für ein Taxi bezahlen. Sieh du dich mal nach Geduld um. Julia, ihr Arme, es könnt Fahrräder tunen. Mach du mal. Setze die Fahrradkette so zusammen, dass sich eine geschlossene Form ergibt. Klicke auf zwei beliebige Teile, um sie zu vertauschen. Eine geschlossene Form ergibt. Pff. Als ob ich das hinkriege. Habe ich hier, warte mal, ich setze mal das nach unten und setze mal das da hier. Ist das okay? Ist das bislang eine geschlossene Form? Ich mach das mal woanders hin und das mal nach da unten. Dann setze ich das mal hier hin. Äh, das setze ich mal da hin. Nein. Äh, das möchte ich eigentlich da hin. Das möchte ich da hin und das möchte ich hier hin. Suche fünf Geldbündel, okay. Und, äh, Fahrradteile, okay. Dieser Türgriff hat ja einiges zu erzählen. Meine psychischen Fähigkeiten sind zwar bescheiden und etwas merkwürdig, ließen sich aber wissenschaftlich erklären. Aber als wissenschaftliches Versuchskaninchen würde, äh, mich dann doch, würde ich mich dann doch nicht hergeben. Dafür habe ich zu viele Geheimnisse. Hä? Das ist voll random mit der Ersatz hier zwischendrin, was? Oh, mit dem Reifen lässt sich das, äh, Rad nicht an das Fahrrad montieren. Okay, okay, ich muss also erst einen Gummireifen hier rumtüddeln. Dann muss ich da noch Luft reinpumpen. Was habe ich denn hier? Ist das eine Luftpumpe? Nö. Was ist denn das? Sattel. Ich reib mich lieber in China an die Uklopfer. Ich glaube auch, äh. Okay, Käfig entsperren. Platziere die Zapfen und Zylinder des Käfigschlosses so an den richtigen Positionen, dass keine Lücken entstehen. Och. Nö. Tankram. Tankram kann nicht mal. Okay, du mal wieder weg da. Kann ich... Hast du schon mal nicht hier ein Einzelnes? Habe ich... Doch, ich habe ein Einzelnes. Ja, versuch. Gib mir das da. Nimm es in die Hand, Mädel. So, wo schon mal nicht. So rum. Jeder braucht ein Hobby. Ich verurteile sie nicht für ihres. Ich merke schon laute Minigames, die du genießt. Ja, immer. Absolut. Es ist... Es ist das Wund zumindest offen und befreit und läuft nicht weg. Was habe ich denn da? Ein Lenkrad. Wo brauche ich noch die dumme Luftpumpe? Hier. Ich habe noch... Ich habe noch einen Besen. Wofür brauche ich den Besen? Was muss ich damit runterschlagen? Was muss ich damit... Zur Seite besen? Etwas Langes. Hier, nimm den Besen. Woher weiß ich eigentlich, dass da Geld in der Lampe ist? Ich habe... Ich würde gerade sagen, kann ich hell sehen? Ja, offensichtlich kann ich es. Ja, äh... Meine... Meine Psychic-Fähigkeiten... Ähm... Bringen mich dazu, hier alles auseinanderzubauen. Da ist ein Korb. Ist das jetzt fertig? Äh... Und noch mehr. Ach, so ein Pedal, ne? Hier, da. Zwei fährt sich besser. Und noch mehr. Was fehlt denn noch? Ich habe den Korb. Ich habe... Ich kann lenken. Ich habe zwei Räder. Ich kann in die Pedale treten. Ich habe einen Sattel. Was fehlt denn noch? Der Türknopf hat es mir erzählt. Raube das arme, offene Huhn aus. Da ist bestimmt Metall im Geld. Der Türknopf hat es mir erzählt. Dann weißt du ja, wo es ist und wer es schon hatte. Ich glaube auch. Was fehlt denn? Was fehlt denn noch? Was will denn das dumme Rad noch? Ich habe eine Brechstange. Was muss ich denn damit machen? Ach, hier unten mein... Ich muss nur noch Geld. Suche ein Fahrradteil. Ja... Wo ist denn mein Fahrradteil hingelaufen? Was für ein Fahrradteil fehlt mir denn überhaupt noch? Ich habe doch alles. Ich kann doch mit dem Teil fahren, oder nicht? Brauche ich noch eine Klingel? Fehlt mir immer noch ein Peter. Ich dachte... Ich dachte, ich hätte jetzt mittlerweile alles. Was ist denn das? Was ist denn hier? Wo ist denn das dumme... Das Huhn und Verkaufe ist für Geld. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt wirklich noch. Okay, okay. Eventuell fehlt noch ein Pedal. Und ich weiß nicht, wo es rumliegt. Ähm... Das Huhn hat keins. Nee, das sitzt nicht drauf. Was ist hier? Ach, die Fahrradkette. Ja, okay. Macht Sinn, wenn man auch fahren will, dass man beide Räder bewegen kann. So, ich bin mir dafür bezahlt worden, dass ich ein Fahrrad repariert habe. Don't be in such a hurry. It's been a long time since I had a conversation with a beautiful woman. You gotta be kidding. Get the hell away from me, you son of a... Damn. I think he's trying to read my mind. Und... Die zwei können in diesem Spiel spielen. Müssen... Müssen die alle miteinander verbunden sein? Oder, oder, oder? Warte mal, weil dann... Äh, muss ich wahrscheinlich... Och, nimm das in die Hand. Geh hier mal mit zur Seite. Nimm das olle Matsch-Teil. Geh da hin. Hier. Äh. Och, Mädel. Stell dich nicht so ein. Nimm das Ding in die Finger. Äh. Äh. Okay, ich verkniffe irgendwie meine neuralen Verbindungen neu. Ich weiß es nicht. Jetzt lese ich seine Gedenken? Geh deine Hand weg, oder ich werde kreieren. Ah! Sie schreit zumindest effektiv genug. Ich lese in seinem Kinde. Und dann gehst du erst mal duschen, Mädel. Du weißt nicht, ob der Typ dir bisher herfolgen wird. Der weiß nicht, was... Ob die Polizei ihn festhält, oder nicht. Bonusrunde! Oh Gott, was hab ich jetzt getan? Mit Zeitung ruf ich 30. Was? Was soll ich denn tun? Runde 1. Was? Suche zwei identische Objekte. Äh. Okay. Was? Suche zwei identische Objekte. Okay. Ja, nimm die zwei. Was? 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 Wieso? Bonusrunde. Wie viele Bonusrunden kriege ich denn hier? Äh. Du und du? Nein, ihr seid nicht ganz identisch. Ihr seid so identische Roboten. Ich kann mich kaum am Sessel halten. Ja, die Spannung hier, ne? Diese hässlichen, hässlichen Anzüge. Oder, oder... Pseudokimono. Wie nennt man das, wenn das nur das Oberteil ist? Äh. Vergessen. Suche drei identische Objekte. Och, ja, jetzt noch mehr. Dieser Maus hier, ne? Das ist ganz, ganz spannend. Boah! Boah! Was mach ich, wenn die, wenn die Zeit abgelaufen ist, muss ich das jetzt ewig und drei Tage hier fortführen? Drei identische Objekte, äh. Ich muss mal ein Stück weg vom Monitor. Jetzt seh ich das vielleicht, dass ich nicht so draufklebe. Ja, ne, das war wohl schon mal nix. Ich lass jetzt auch die Zeit mal ein bisschen runterlaufen. Ich lass die Zeit jetzt ablaufen. Ich hab keine Lust auf diese Bonus-Runde. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, es sind die Schwerte. Ich hab nur noch eine Zeit übrig. Das heißt, ich lass das jetzt... Vier Zeit übrig. Ich lass das jetzt runterlaufen. Ich muss sieben... Ich muss sieben Punkte sammeln, um den anderen Modus freizuschalten. Ach, ja. Ach, ich hab mir nur Tipps erspielt. Okay, okay. Das haben wir ja bislang nicht wirklich gebraucht. Diese Rätselbox ist kein billiges Spielzeug. Die Details unter diesem Dreck sind unglaublich. Selbst meine Fähigkeiten würden für diese Arbeiten nicht einmal annähernd ausreichen. Und ich kann schließlich kleinste Metallstückchen mit meinen Psy-Kräften formen. Öffne die Box auf dem Bett, suche ein verstecktes Päckchen. Sortiere die Bilder. Okay, also gut. Ich bin ein Ei. Ich kriege einen Riss. Ich schlüpfe. Ich bin klein. Ich werde groß. War das nicht richtig? Ich werde blutbändiger. Tja, scheinbar ist das so nicht richtig. Ist zuerst das Huhn da und dann das Ei. Sag bloß. Zuerst legt das Huhn ein Ei. Della, Oma hatte wieder eine ihrer seltsamen Visionen. Sie hat darauf bestanden, dass ich dir diese Nachricht und einige Sachen in getrennten Päckchen schicke. Sie traut der Postwollen nicht über den Weg. Das tue ich auch nicht. Oma meinte auch, meine Nachricht ist der Schlüssel und du kannst sie enträtseln. Wage wie immer. Ich muss mit den Jungs nach Südamerika und melde mich telefonisch, sobald ich kann. Viel Glück, dein liebes Brüderlein Max. Klicke hier, um fortzufahren, ja. Also gut, äh, Kisten finden. Zählen die Koffer hier auch? Wahrscheinlich nicht, aber das ist hier unter dem Bett und die Rolle da oben und hier im Lampenschirm. Mein Bruder ist Meister im Verstecken von Dingen. Oma traut der Post nicht. So, ein verstecktes Päckchen noch. Ähm. Das ist wieder so gut getan, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich's, äh, ob ich's nicht schon gesehen hab und einfach nur ignoriere. Was ist damit? Nee, das ist kein Paket. Schauen wir mal links irgendwo hin. Päckchen, wo bist du? Am Paket? Das hier? Nee. Das ist wohl auch kein Paket. Ja, ha. Ja, ich hab dir einmal zu oft geklingelt. Mö, mö, mö. Auf dem Sessel. Auf dem hier? Oder auf dem anderen? Oder gibt's hier noch einen Sessel, den ich nicht sehe? Nee, das war alt. Okay. Ach komm, wir fragen einfach mal den Typ. Hä? Da hab ich doch draufgeklickt. Was? Ach, hier. Der Brummschlag. Ein Brief von Großmutter. Ah, ich muss ihn zusammen kratzen. Okay. Ich schätze, Großmutter hatte noch eine Version. Und ich muss bestimmt diese Dinge, die sie mir geschickt hat, mit der Rätselbox verwenden. Ja, einen Klebstoff und einen Handstaubsauger. Es lebte einst eine Meint namens Rosalyn, deren Herz von einem bösen Hexer gestohlen wurde. Sie versuchte, ihn aufzuhalten, bekam aber nur Luft zu fassen. Er atmete ein und floh auf einem Windhauch. Rosalyn folgte ihm durch einen Wald kratzbürstiger Bäume und erreichte schließlich sein Schloss, wo sie ihr Herz in einem Metallkäfig fand. Und Rosalyn ölte die Scharniere und der magische Käfig gab ihr Herz frei. Der Hexe hatte ihr Herz nicht gut behandelt, also beseitigte sie allen Schmutz und polierte es sanft, bis es glänzte. Nach ihrer Flucht war das Herz so fest an sie gebunden, dass sie es nie wieder gestohlen werden könnte. Er atmete ein. Ja, ja, er ziehe die Objekte in der richtigen Reihenfolge, ja, ja, fassen, anfassen, okay. Äh, atmete ein. Winter auch. Äh, was habe ich mit einem Metallreinigungsmittel? Oh Gott, oh Gott, ich warte, hier, krass, was, fest an sie gebunden. Äh, habe ich, habe ich verkehlt? Was ist das, ein Zettel? Ein Pinsel, eine Pinzette. Was ist das, Öl? Äh, Druckluftspray, ähm, hier, Handstaubsauger, Klebstoff, wir machen mal Klebstoff nach da unten. Pinzettipette, es ist, ja, es ist wunderschön, also gut, so fest an sie, äh, ja, ja, ja. Sie polierte es sanft, also gut, sie poliert mit einem Tuch wahrscheinlich. Ähm, beseitigte sie allen Schmutz. Mit dem Tuch wahrscheinlich, ne? Ähm, also der, 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 davor ölt sie es dann noch, äh, dann kommt der kratzbürstige Wald, dann kommt ein Windhauch, er atmet ein. Was, was atmet er denn ein? Metallreinigungsmittel? Ne, vor allen Dingen fassen, also fassen ist ja die Pinzette. Ähm, er atmet ein, das ist der Staubsauger, dann kommt, äh, dann kommt der Windhauch, dann kommt der kratzbürstige Wald, ich habe irgendwas vergessen. Äh, ach ja, jetzt, jetzt ölt sie, huch, dann, dann, dann säubert sie. Ich lache gerade Tränen, danke dir, das habe ich heute wirklich gebraucht. Freut mich, dass ihr Spaß habt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es muss einen Weg geben, dieses Ding zu öffnen. Mit Gewalt. Wie immer. Uh. Äh, ja, kann ich hier auch irgendwie was drehen? Nö. Das sieht doch schon mal ganz okay aus. Äh, drehen wir mal das hier oben. Das sieht noch nicht richtig aus. Ja, so ist besser. Der Weg nennt sich Hammer, in jedem Fall. Also gut, noch, noch mehr drehen. Das, das sieht doch schon mal halb richtig aus. Äh. Ja, ja, so. Dann habe ich hier noch mehrere Ringe. Dann fangen wir mal hier oben an. Äh, ähm. Klick, klack, kluck. Ja, ja. Äh, nee, nicht ganz. Schlup, 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 so. Dann, äh, klicken wir das dort noch irgendwie halbwegs richtig hin. Ja, ja. Und dann so rum. Und noch mehrere. Wow. Denen ist auch nichts anderes eingefallen hier für das Game, ne? Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu energisch klicke. Ja, hörst du okay aus? Nein! Och, ich beeinflusse euch gegenseitig. Och, komm. Dann drehe ich dich halt jetzt wieder separat hin. Mimimimimi. Ja, das sieht so halbwegs passend aus. Was? Nein, du drehst den mit? Okay, dann drehen wir erst dich, weil der andere dreht sich. Ist separat. So. Das Innere sieht... Oh, jetzt hab ich mich nach dem Inneren orientiert. Das war nicht so richtig, äh... Ja, ich glaub, das sieht besser aus. Ja, dann dreh ich dich auch noch mit. Ähm... Nein? Ja. So, tada! Drei von drei. Dreifach hält besser, ich glaub auch. Sieh dir was an! Der Typ kann jederzeit zum Hotelzimmer ein Stiefel! Oder das kann passieren! Der Typ kann jederzeit zum Hotelzimmer ein. Wenn du mein Name möchtest, musst du es von mir regieren. Das ist schrecklich. Das ist verrückt. Du hast mich. Du und nur du. Wenn du nicht regieren möchtest, was du regieren möchtest? Nichts. Nur nichts. Wie kann ich? Mit einer Wort. Du sagst, dass es keine Kampf zu kämpfen ist? Nicht nur eine Person du möchtest, mich zu töten? Stop. Bitte stop. Ich will niemanden sterben. Ich verstehe. Dann habe ich mich versuchten, um dein Körper zu besuchen. Nein. Nein, nein. Ich will nicht, um mein Körper zu besuchen. Juste weg von mir. Steig weg! Hier wird bitte kein Buddy geflaschert von keinem. Ja, He-Man. He-Man hat den Masters of the Universe kommen. He-Man, der Best-Sklave. Diese Fassungslosigkeit, das ist so... What the fuck? Was geht hier vor? Hier wird bitte niemand geflaschert. Also, äh, das kannst du dir gleich mal abschmicken, He-Man. Oh, was ist denn das hier für einer? Oh, nehmen wir halt mal mit. Au! Au! Das ist ein Eckstein. Damit darf ich über Ecken laufen. Uh! Naja, was mir nur leider nicht viel bringt hier unten. Ja, ja, ja. Ja, hier bräuchte ich jetzt so ein Eckstein, also. Joker-Stein, diese Fassungslosigkeit. Ich kenne immer noch was. He-Man in der Masters of the Universe. Ja, dann muss das halt so gehen. Sprengen wir halt alles, was wir hier finden. Nee, machen wir mal hier weiter. Ähm. Okay, also, wir halten fest, wir haben jetzt... Wir haben jetzt He-Man, äh, hier, der, äh, eigentlich dazu da ist, um... ...Kriege auszutragen, aber da... ...Wir momentan niemanden haben, den wir bekriegen müssen. Außer dem komischen Typen, der versucht hat, uns auf offener Straße zu eliminieren. Ähm. He-Man, der Genie. Nicht in der Lampe, sondern in der Box. Ja, das ist, das ist... Das ist so ein China-Ding, das verstehen wir nur nicht. Äh, wir versuchen mal, ob ich hier einfach nur mal genügend aneinandergereiht bekomme, um sie zu sprengen, damit ich die nebenbei liegenden auch mit eliminieren kann. Äh, ja, bringt mir hier nur leider nicht so viel. Äh, gehen wir mal hier lang. Äh, ich habe genügend gesprengt, um den Tiger freizuschalten. Erwecke den Tiger mit, mit, äh, mit mir. Ja, ich kann nicht den Schleimfahrer wechseln, das ist eigentlich ganz cool. Okay, es ist Wolverine und He-Man, aber... You saw something when you touched that blade. I have seen reactions like yours, but rarely. It is usually a sign of magic. Not magic. I just... Have visions sometimes. Your name is Hari. Like I said. Magic. And there was a Tiger. That... Turned into a man. Yes. In my time I was known as a shapeshifter. I could assume the form of a Tiger or a man. But that ability was stolen from me when I was imprisoned inside the box. You said I summoned you. I suppose it happened when I opened that box. I didn't know what I was doing. I almost believe you mean that. But it does not matter. I am your slave. No. You aren't. You say that now. But you will be like all the others. You will use me as a plaything until the day you die or until you tire and send me back into the box. I won't. You're not my thing. I'm not your master. I won't ask you to do anything against your will. I give you my word. If that means anything. I swear on my blood. Why are you doing this? Hasn't anyone ever shown you kindness? No. Not for a very long time. I'm sorry. I don't trust people easily either. You are an odd woman. What is your name? Delilah. Delilah. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. You will have a lifetime to keep your word. Er ist Maso und will, dass du auf ihn drauf trittst. Ich sag doch, plaything. Ja, ja. You're slave, Harry. Harry duscht auch kalt. Ich glaub auch. Du sprichst meine Sprache. Obwohl du so alt bist, kannst du sie auch lesen? Nein. Gesprochene Worte sind Teil des Zaubers, damit ich meinen Meistern immer gehorchen kann. Egal an welcher Sprache. Nur wenige Menschen konnten lesen. Es war also nicht wichtig. Okay, Harry kann nicht lesen. Harry kann einfach nur reden. Da liegt meine Zauberbox. Die hab ich mit ins Bad gelegt oder so. Suche acht Badeprodukte für Harry. Für Harry. Potter. Ich suche erstmal acht Röhrenteile scheinbar. Im Waschbecken fehlen die Knöpfe für heiß und kalt. Wieso funktioniert denn hier eigentlich nichts in diesem Hotel? Ich bin hier aber vorhin einfach auch nur reingerannt. Was hab ich denn da? Ist das so ein Knopf für heiß und kalt? Nee, das ist irgendwas anderes. Ist das ein Knopf für hier? Ja. Noch ein Knopf für hier. Das sind so richtig schöne Griffe, so Türgriffe, ne? Noch ein Badeprodukt für Harry. Äh. Hallo an Lauer33 und T-Pumps Bix. Guten Abend. Es freut mich sehr, dass ihr hergefunden habt. Wir spielen ein grandios gutes Spiel. Und zwar, äh. Letevi und Nes können euch den Titel sagen. Ich kann es gerade nicht sehen, weil meine Monitore hier alle sonst was machen. Damit ich Harry auch in der Bademanne jederzeit beschwören kann. Ich glaube auch, das ist eines der besten Spiele überhaupt. So, ersetze die Knöpfe der Hähne. Suche sechs Rohre. So, wir basteln das hier rein. Da ist noch ein Rohr. Noch eins. Äh. Ähm. Lauer33, äh, bist du so ein Fetisch-Typ? Wenn ja, tut mir leid, aber, äh, Nes und, äh, Letevi, die haben hier die Bannpower. Also, wenn hier gleich komische Fragen kommen, dann, ähm, ich bin leider der falsche Stream für sowas. Da musst du es bei jemand anderem probieren. So, suche noch zwei Rohre. Und das muss ich auch noch ersetzen. Ähm. Nur eine Frage. Okay, dann belassen wir es dabei. Ah, da oben ist noch eins. Ähm. So, wo ist denn der Rest? Ich brauche immer noch mehr Zeug, um das hier zu reparieren. Da, 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 da will er immer irgendwas tun. Was habe ich denn da? Ist das noch ein Knopf für hier? Okay, ich habe zumindest mal das Wasser repariert. Damit ich mir wenigstens die Hände waschen kann. Jetzt muss ich immer noch die Dusche da hinten reparieren. Weil das Hotel ja selber nichts auf die Reihe bekommt. Jetzt, Freunde. Ah, komm, sag mir, wo das letzte komische Rohr sein soll. Da oben. So. Jetzt spielen wir Rohre verlegen. Natürlich. Äh. Verbinde. Da, 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 da. Klicke, um sie zu drehen, um sie zu verschieben. Oh, wow. Das wird ja was. Beides übereinander. Immer. Äh. So wird das schon mal nichts. Das machen wir mal woanders hin. Äh. Dann haben wir auch noch gerade Rohre. Ach Gott. Das wird jetzt spannend. Kann ich dich hier unten reinsetzen? Damit ich hier zumindest knapp um das Eck reiche. Ja, dann kann ich dich hier vor da unten hin friemeln. Das könnte nach Möglichkeit hier hingehen. Äh. Verdammt, jetzt hätte ich ein Rohr übrig. Äh, das ist jetzt nicht so richtig. Dann setzen wir das mal da hin. Und drehen. Äh. 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 Das wird irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss irgendwo ein, ah, mein langes Rohr dazwischen. Funken. Äh. Kann ich mit dem? Ja, was mir nur. Oh, das wird wunderbar. Das funktioniert so schon mal nicht, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt. Aber lassen wir das mal her. Komm. Ich möchte hier auch eine Schraube. Ich müsste hier irgendwie die Kurve kriegen. Äh. Kann ich das hier durch ein gerade Stück ersetzen? Kann ich nicht. Das ist blöd. Okay, wir versuchen das mal so rum. Ähm. Dreh dich bitte. Mir f... Mir würde eigentlich nur ein Teil fehlen. Warum kriege ich nicht genügend Rohre? Das ist blöd. Ähm. Okay. Ja, 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 nee. Hm. Kann ich hier ein gerades Stück einbauen? Das wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel mehr bringen. Nee, das macht es noch viel schlimmer. Ich habe es gebildet auseinander gebaut. Künstlerisch hochwertig. Auf jeden Fall. Nee, deshalb haben wir ja schon gemerkt, das geht so nicht. So. Ähm. Mach das mal so. Wenn ich hier, glaube ich, das gerade Rohr reinmache. Obwohl, ich kann ja noch nach hier oben, ne? Weiß ja nicht, kann ich hier dann auch das andere gerade Rohr reinschützen und dann baue ich mich hier ums Eck? Weiß ja nicht, vielleicht geht das ja sogar. Ich glaube, das geht nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Ich muss ja alle Rohrteile benutzen. Du mal. Der lässt mich das auch nicht mal drehen, ne? Hier, warum muss ich alle Rohrteile benutzen? Das geht so. Das ist vertretbar. Äh. Durchaus sehr. Ja, in jedem Falle. In jedem Falle. Das geht so? Das ist machbar so? Nee, also gut. Versuchen wir es nochmal. Kann ich das? Ach, das ist gesperrt. Ich kann nicht überspringen. Hups. Ich kann wirklich nicht überspringen. Unten die Welle war, glaube ich, richtig. Ich denke auch, dass das richtig war. Weil hier rum komme ich nämlich nirgendwo mehr. Ich meine, ich könnte das Ganze jetzt auch abkürzen und auch so. Dann bräuchte ich die restlichen Rohre nicht. Dann hätte ich Rohr gespart. Aber, äh. Das darf ich ja nicht. Hier darf ich aber wieder das gerade Rohr. Äh. Äh. Nee, eher. Och, komm, dreh dich doch auch mal in die richtige Richtung. So, nach da unten. Äh. Fast, fast. Ich bräuchte hier noch eins, aber... Kann ich woanders was raus... Ich mach das nur schlimmer, ne? Ich bin echt nicht gut in sowas. Das war ich noch nie. In diesen vorgegebenen Teilen. Das kann ich wirklich nicht. Wie lange spielen wir eigentlich schon? Bauen wir die Welle, dann setzt oben links die große Kurve... Die gerade... Dann... Dann die kleine Ecke. Okay, ich hab jetzt unten die Welle. Die war, glaub ich, so, ne? Dann nehmen wir den Rest alles mal wieder weg. Äh... Oben links die große Kurve. Ja, nicht, nicht so rum, sondern so rum. Die gerade. Äh, komm. Die kleine. Och, wenn sie das mal drehen lassen würde, ne? Dann, dann gerade und dann... Ja, Ness ist gut. Ness kann sowas besser als ich. Das ist wohl etwas... Waaah, da ist wohl etwas Mauer... Äh, Mauer... Ta-Talentgefahr... Äh, ha. Ah, ha, ha, ha. Ich möchte das eigentlich gerade... Nicht zusammenmauern müssen. Ich bin doch echt nicht gut in sowas. Das ist... Das ist ein katastrophales Game hier in dem Moment. Aber ich versuch mal unten irgendwie... Plattformen zu... Irgendwie unten was zu finden, was hier reinpassen könnte. Ich bin bei solchen Minigams immer völlig verloren. Ja, ich auch, wie man sieht. Äh, geh du mal hier raus wieder. Ähm... Wie war da? Komm ich hier oben noch irgendwie ums Eck? Eigentlich komm ich da... Damit käme ich dir britisch hier ums Eck? Das ist voll nicht mein Game. Ich bin richtig schlecht bei sowas. Vermutlich darfst du überspringen, wenn du erst einen, dann den anderen Tipp benutzt hast. Aha, Rohre kriege ich ganz gut hin. Tankram, Tetris, dafür umso weniger. Ich kann das... Ich kann alles nicht davon, ne? Das ist jedes Mal da der Super-GAU hier für mich, wenn ich sowas basteln soll. Ich brauch irgendwas, was da unten reinpasst. Das hier zum Beispiel. Und dann bräuchte ich doch die Treppe hier, okay. Ähm... Das gehört auf jeden Fall nicht hier hinein. Das lassen wir mal alles zur Seite. Das könnte hier hinpassen. Ich brauch aber irgendwas, was hier reinragt, ne? Das hier. Das da. Das sieht im Moment noch gut aus und gleich... Oh, doch, Tatsache. Wow. Wow. Ich hab's hingekriegt. Es ist 2000 Jahre alt. Ich kann das Alter des Messers fühlen und Metall lügt nicht. Aber er wurde die ganze Zeit über gefoltert. Pfeif auf die Magie. Ich muss ihm helfen. Und ich werde ihm helfen. Und ich werde ihm helfen. Egal, wie gefährlich es sein mag. Ich muss mir die Rätselbox nochmal ansehen. Ich bin Mauermagier. Ich... Ja, ja. Ich glaub, ich hab oft genug... Tankram gespielt, um sie jetzt hinzukriegen. Entschlüssele die Schrift. Klicke auf zwei beliebige Buchstaben, um sie zu vertauschen. Ach, ach, ach komm! Was? Der Messer wurde gefoltert. Ja, du, du Totze. Ja, ja. Oh, Mann. Du Totze. Ich glaub auch. Hab ich hier irgendwo ein U? Hab ich irgendwo hier ein U? Ja. Wir machen mal ein Zut raus. Das heißt, theoretisch müsste das alles ein U sein. Habe ich noch ein, so eins... Ja, hier und zwar da. Wir raten uns das alles zurecht. Zu, du... Und dann... Was hat der Typ im Vorhinein gesagt? Äh, so lange Diener sind, bis er zu Tode kommt. Du tot bist. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich hab dem Typen doch nicht zugehört. Kann ich anhand der Anzahl der Buchstaben abzählen, was wohin gehört? Ich hab ein W. Ich hab nur ein W. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Symbol finde, das nur einmal vorkommt, ähm, dann müsste das das W sein. Jetzt müsste ich nur das Symbol finden, das nur einmal vorkommt. Äh. Tipp. Eines der Worte ist Befehlen. Aha. Äh. Zu befehlen. Ja, zu befehlen. Okay, äh. Äh. Ups. Oh, die Demo ist zu Ende. Yay. Oh Gott sei Dank. Die Demo ist zu Ende. Die Probeversion des Spiels ist abgelaufen. Das heißt, ähm, ich muss dieses Rätselspiel nicht zu Ende machen. Gott sei Dank. Wir raten uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und, ja, die Box hat sich verabschiedet. Harry. Mann, meiner Träume. Ja, absolut. Der gute Harry. Harry. Ja, absolut. Ja, absolut. school. Bis zum nächsten Mal. ES Karlsruhe. Bis zum nächsten Mal.